So, hallo. Ich möchte euch zeigen, wie wir die Datensätze, die uns Google ausgibt, in der Suche aktualisieren können. Unsere Telefonnummern haben sich geändert und in der Google-Suche werden noch die alten Nummern angezeigt. Jetzt haben wir hier das Suchergebnis. Hier unten das Suchergebnis zu Google Maps. Dazu rufen wir das Ergebnis einfach auf, indem wir hier diesen Tropfen einmal aktivieren. Dann öffnet sich Maps und Maps wird uns den Standort anzeigen, gekennzeichnet durch diesen roten Tropfen, und links den Datensatz. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Datensatz zu ändern, indem wir eine Änderung vorschlagen. Dann editieren wir direkt hier die Telefonnummer, löschen mal die alte raus, holen uns die Telefonnummer von unserer Internetseite, fügen die hier ein, machen das Ganze in ein schönes lesbares Format, denn auch Maschinen, Computer sollen das Format lesen können und interpretieren. Senden das ab und damit bedankt sich Google auch schon für die Änderung und Aktualisierungen werden in Kürze durchgeführt. Bitte nachmachen, dann wird hoffentlich das Ergebnis bald geändert sein. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, diese Google-Crawler zu beauftragen, unsere Internetseite neu einzulesen und den Datensatz abzugleichen. Dazu suchen wir nach Webseite Google anmelden. Dann haben wir hier den Link einmal Google anmelden, ein Webmaster-Tool von Google. Hier geben wir unsere Domain an, www.montessori.de, dann lösen wir das Capture 2074, Antrag übermitteln. Ihre Anfrage ist eingegangen und wird in Kürze verarbeitet. Das war's. Bitte ausprobieren, nachmachen, umso schneller werden die neuen Datensätze angezeigt. Das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Servus. 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 Servus.